Ja Leute, Servus auf dem Willas Channel. Ja, wir haben jetzt heute mal ein Thema aufgegriffen, was glaube ich ganz ganz viele Leute beschäftigt und das ist die GS. Und da gibt es ja ganz ganz viele tolle Meinungen zu dieser GS und das ist ja eigentlich das Ultimum am Motorrad, was es so gibt. Also es gibt quasi nichts besseres, weil die GS, die, ja das ist halt einfach das Motorrad und kannst halt alles damit machen. Du fährst in 10 Minuten von München nach Berlin, einfach auch so ein schönes Zelt drüber schlagen und hat halt dann eine Boxersauna, wenn man sie anmacht. Also da kann man richtig Kaffee kochen kann die GS, dann Gulasch kann sie ganz gut. Sprit ist ja auch egal, also die fährt auch mit Rapsöl die GS. Frittenfett. Frittenfett. Also die GS ist halt wirklich, kann man sagen was man will, das ist halt einfach das beste Motorrad der Welt. Und da gibt es auch nichts besseres, aber wir, außer er hier, haben da eigentlich eine ganz spezielle Meinung zu dieser GS. Also oder zu allgemein, zu GS halt einfach. Und die wollen wir euch jetzt mal mitteilen. Was ist da Flecken auf dem Tank? Scheiße, habe wieder zu viel gewichst. Ja, also Leute, ich glaube wir dürfen jetzt nicht ganz so viel raushauen, aber ich glaube wir haben alles Positives gesagt an so einer GS. Und also wie geil wir das finden, haben wir jetzt mal richtig einen rausgehauen würde ich sagen. Ja und das soll es jetzt mal gewesen sein würde ich jetzt sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, vielleicht mit einem anständigen Video zur GS. Und ja, bitte nehmt das jetzt nicht zu ernst. Wir haben uns jetzt da mal so einen kleinen Spaß erlaubt. Weil es eben ganz ganz viele Leute gibt, die eben nur GS fahren und da eine ganz spezielle Meinung über dieses Motorrad leider haben. Und darum haben wir auch eine spezielle Meinung, weil die halt eben alles andere als weltoffen sind. Und ja, das sollte mir so ein kleines Statement sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, tschau auf wieder's Channel. Servus.